Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor dem harten Lockdown hat Bundespräsident Steinmeier die Menschen in Deutschland eindringlich aufgerufen, die Maßnahmen gegen das Coronavirus zu unterstützen. Sonst drohe das Infektionsgeschehen außer Kontrolle zu geraten. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 16.362 Neuinfektionen, etwa 4.000 mehr als vor einer Woche. Die Werte sind montags meist niedriger, u.a. weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 188. Countdown im Weihnachtsgeschäft. Nur noch 2 Tage bis zum Lockdown. Der ganz große Ansturm blieb heute aus. Aber mancherorts, wie hier in Berlin, war es dann doch viel zu voll. Die Schlange hier war schon sehr, sehr lang. Ich habe eine andere Kasse gefunden. Aber ich würde mich heute Nachmittag noch ins Gütemüll stürzen. Ich habe Verständnis, dass die großen Kaufhäuser geschlossen werden. Für den unabhängigen kleinen Einzelhandel finde ich sehr schwierig und sehr bedauerlich. Es ist super unvernünftig, aber man braucht halt doch irgendwie Weihnachtsgeschenke. Ich finde es nicht so gut, alles online zu kaufen. Und ich glaube, man muss die Läden schon auch irgendwo noch unterstützen. Auf Weihnachtsgeschenke verzichten, lieber Gutscheine schenken, das hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier empfohlen. Damit die Geschäfte den Lockdown überleben, will die Regierung ab Januar die sogenannte Überbrückungshilfe 3 zahlen. Eine Rezession wie im Frühjahr fürchtet Altmaier nicht. Wir haben umfassende Wirtschaftshilfen bereitgestellt. Wir möchten, dass die Einzelhändler in den Innenstädten überleben, denn sie sind Teil unserer Einkaufskultur. Im Augenblick müssen wir in vielen Bereichen soziale Kontakte reduzieren. Das trifft auch den Einzelhandel hart. Besonders in Sachsen. Gärnende Leere in der Leipziger Innenstadt. Hier gilt der Lockdown schon seit heute. Die Geschäfte geschlossen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machte am Morgen noch einmal klar, in welcher historischen Ausnahmesituation sich Deutschland befinde und appellierte eindringlich an die Eigenverantwortung. Es hängt an uns. Und wir wissen, was zu tun ist. Feiern lassen sich nachholen. Und über Geschenke freuen sich Freunde und Verwandte auch später noch. Weniger Konsum, mehr Nachdenklichkeit. Das ist das Motto dieser Vorwahrnachtszeit. Schon heute sind viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland zu Hause geblieben. Von Mittwoch an sind die meisten Schulen geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Die Regelungen in den Bundesländern sind unterschiedlich. Sie reichen vom Zuhausebleiben ohne Lernen über Hausaufgaben bis hin zu Fernunterricht. Online, auf Distanz. Unterricht, wie er in dieser Lockdown-Woche mehrheitlich aussehen sollte. Karren Schneider ist froh, dass ihre Schule für diesen Fall rechtzeitig vorbereitet war. Dass es jetzt hier bei uns funktioniert, ist natürlich ein großes Glück. Aber wir haben auch viel Arbeit reingesteckt im letzten halben Jahr, im letzten Dreivierteljahr, um auch da zu stehen, dass wir heute Morgen hier ganz cool um 8 Uhr sagen konnten, läuft. Solche vollen Klassenzimmer wie an dieser Iserlohner Grundschule sollen vermieden werden. Doch nicht alle Eltern konnten so kurzfristig Ersatzbetreuung organisieren. Die Präsenzpflicht ist in Nordrhein-Westfalen, wie auch den meisten anderen Bundesländern wie Brandenburg oder Hamburg, für viele Stufen aufgehoben. Dadurch, dass das die letzte Woche vor den Ferien war, ist das nicht so schlimm. Wäre das jetzt vor 3 Wochen passiert, wäre das natürlich anders gewesen. Man hätte zwar sowieso keinen Unterricht mehr vorher gehabt, aber ich finde es trotzdem auf eine Art schwierig, vor allem, weil ja auch zwischendurch immer mal Unterricht ausgefallen ist. Anders plant Sachsen. Schülerinnen und Schüler lernen zu Hause. Die Schulen sind seit heute geschlossen. Bayern schließt Mittwoch. Womöglich sollen Notbetreuungen organisiert werden. Wir werden das recht großzügig ausgestalten. Ich sage aber auch deutlich, wir werden es auch so ausgestalten, dass den Zielen der Kontaktbeschränkung auch Genüge geleistet wird. Das heißt, jetzt nicht alle Kinder zusammenpacken, die Notbetreuung wollen, sondern eben auch entsprechend trennen. Trotzdem, in vielen Bundesländern sollen Klausuren vor allem in den Prüfungsjahrgängen noch stattfinden. Bis dann die Schulen wieder regulär eröffnen, ist es noch eine große Herausforderung für Eltern, Lehrer und Schüler. Die Regelungen für die Schulen in den einzelnen Bundesländern finden Sie auf tagesschau.de. Mehr zum Arten-Lockdown in einem ARD-Extra im Anschluss an diese Tagesschau und bei Harter Barfair um 21.15 Uhr. In den USA und Kanada haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. In beiden Ländern hat das Mittel des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer eine Notzulassung erhalten. Die erste Impfung bekam eine Krankenschwester in New York. In allen US-Bundesstaaten soll noch heute eine Impfkampagne anlaufen. Seit Beginn der Pandemie sind in den USA bislang fast 300.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Nach einer monatelangen Hängepartie wegen der Corona-Pandemie will die CDU ihren neuen Vorsitzenden Mitte Januar wählen. Abgestimmt werden soll auf dem Online-Parteitag digital mit abschließender Briefwahl. Das hat der CDU-Vorstand beschlossen. Als Kandidaten für die Nachfolge von CDU-Chefin Kramp-Garenbauer bewerben sich NRW-Ministerpräsident Laschet, Ex-Fraktionschef Merz und der Außenexperte Röttgen. Kandidatencheck im Adenauerhaus, öffentliches Schaulaufen bei der CDU. Merz, Laschet, Röttgen, wer wird neuer Parteichef? Jeder wirbt 90 Sekunden für sich. Ich möchte die Führung der CDU in diesem Superwahljahr 2021 übernehmen. Wirklich voller Motivation und voller Energie. Das christliche Menschenbild in jede Zeit zu übersetzen, das ist das, was wir gerade in der jetzigen Zeit brauchen. Eine werteorientierte Politik. In den letzten Jahren ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Und wir sind am Beginn eines Jahrzehnts, wo es so weitergehen wird. Es wird weiter Umbrüche geben. Was mich umtreibt, sind wir als Land darauf vorbereitet. So ähnlich könnte es auch auf dem Parteitag ablaufen. Die Kandidaten stellen sich an einem Ort vor. Die 1001-Delegierten stimmen digital ab. Alle Kandidaten müssen die digitale Vorauswahl akzeptieren. Der Sieger wird dann noch per Briefwahl rechtsverbindlich bestätigt. Die Partei betritt hier Neuland, so der Generalsekretär. Die CDU ist die erste Partei Deutschlands, die auf einem digitalen Parteitag unter der Maßgabe der jetzigen Rechtslage einen Vorstand wählen wird. Die Staatsrechtlerin Sophie Schönberg hat Zweifel an der Rechtssicherheit. Wenn man es danach einfach nur mit einer Briefwahl absichert, ist das ja ein reiner Proforma-Akt. Die eigentliche Willensbildung ist digital erfolgt. Und genau das ist, jedenfalls nach der wahrscheinlicheren Auslegung vom Gesetz im Moment nicht gedeckt. Das Problem, auch nach der digitalen Vorauswahl, haben andere Kandidaten immer noch das Recht, sich auf die Briefwahlliste setzen zu lassen. Die CDU spielt auf Risiko. Der Digitalparteitag kann nur gelingen, wenn sich alle disziplinieren und das Ergebnis akzeptieren. Die Kandidaten und die Delegierten. Alles andere wäre eine Blamage und würde dem neuen Parteichef gleich zu Beginn Steine in den Weg legen. Knapp sechs Wochen nach der US-Wahl kann Joe Biden heute einen weiteren Schritt auf dem Weg ins Weiße Haus machen. Die Wahlleute aller Bundesstaaten geben ihre Stimmen ab. Hier Bilder aus Georgia. 306 Wahlfrauen und Männer sind von den Demokraten nominiert, 232 von den Republikanern. Die Abstimmung gilt als Formalie. Die Vereidigung Bidens soll Ende Januar stattfinden. Vier Monate nach dem Anschlag auf den Kreml-Gegner Nawalny sind neue Erkenntnisse bekannt geworden. Nach Recherchen mehrerer Medien sollen mindestens acht russische Agenten das Attentat verübt haben. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlichte jetzt die Namen der mutmaßlichen Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes FSB. Nawalny war im August nach der Vergiftung mit einem Nervenkampfstoff zusammengebrochen. Der 44-Jährige wurde dann in der Berliner Charité behandelt. Eine Recherche, die es in sich hat. Acht Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes FSB heißt es, sollen hinter dem Giftanschlag auf den Kreml-Gegner Alexej Nawalny stecken. Monatelang haben Investigativjournalisten der Portale Bellingcat und The Insider Daten ausgewertet, unterstützt von internationalen Medien wie dem Spiegel und CNN. In wechselnder Besetzung hätten diese Agenten Nawalny über lange Zeit begleitet und überwacht. Einer habe gar in seinem Wohnblock gewohnt. Unter den Männern, sagt einer der Journalisten, seien Ärzte und Chemiker. Da waren auch Chemiewaffenexperten dabei. Einer hat früher in dem Geheimlabor gearbeitet, das Novitschok hergestellt hat. Solche Leute schickt man nicht auf eine einfache Beschattung. Auch auf der Sibirienreise, auf der Nawalny im August vergiftet wurde, sollen drei Männer der Gruppe dabei gewesen sein. Nawalny wurde später in der Charité behandelt, ist immer noch in Deutschland. Heute meldete er sich auf seinem in Russland sehr populären Videokanal. Ich weiß jetzt, wer mich umbringen wollte. Ich weiß, wo sie wohnen, wo sie arbeiten. Ich kenne ihre echten und falschen Namen. In den Stunden, in denen Nawalny das Gift wohl verabreicht bekam, hätten die Männer mehrfach mit einem Moskauer Labor telefoniert, das früher Chemiewaffen hergestellt habe. Russland hat im Fall Nawalny bislang keine Ermittlungen eingeleitet. Präsident Putin hatte erst am Donnerstag gesagt, er sehe dazu keine Voraussetzungen. In der Fußball-Champions-League treffen die deutschen Mannschaften im Achtelfinale auf Gegner aus England, Spanien und Italien. Das hat die Auslösung am Mittag ergeben. Leipzig trifft auf Liverpool, Borussia Mönchengladbach spielt gegen Manchester City, Borussia Dortmund tritt beim FC Sevilla an und Titelverteidiger Bayern München bei Lazio Rom. In der nächsten Runde der Europa League spielt Leverkusen bei den Young Boys Bern und Hoffenheim beim norwegischen Klub Molde FK. Deutschlands Handballerinnen haben den 2. Sieg in der Hauptrunde der Europameisterschaft verpasst. Die DHB-Auswahl von Trainer Gröner verlor im dänischen Kolding ganz knapp gegen Weltmeister Niederlande mit 27 zu 28. Sie muss nun um den Einzug ins Halbfinale zittern. Er galt als Meister der Spannung und scharfer Beobachter der Zeitgeschichte. Der Autor Jean Le Carré ist mit 89 Jahren gestorben. 6 Jahrzehnte lang entführte er seine Leserschaft in die Abgründe der Agentenwelt, garniert mit Lügen, Liebe und Verrat. Weltbekannt wurde der Brite 1963 mit seinem Roman Der Spion, der aus der Kälte kam. US-Autor Stephen King würdigte Le Carré als literarischen Giganten. Für einen Schriftsteller war John Le Carré ziemlich oft auf dem roten Teppich zu sehen. Seine Spionage-Thriller immer wieder Vorlage für eine Reihe von Filmen und Serien. Der Meisterspion George Smiley ist seine berühmteste Erfindung. You're just the messenger. Wie in Dame, König, Ass, Spion. Smiley, eine Art Gegenentwurf zu James Bond, mehr gebeutelt als heldenhaft. Sein Faible für Schnüffelei ist kein Zufall. John Le Carré ist in den 60ern selbst für den Geheimdienst tätig, als Agent. Was mich am meisten fasziniert hat, Verhöre. Ich habe ziemlich viele gemacht, aber immer auf freundliche Art, eher wie eine Besprechung. Noch während er selbst spioniert, schreibt John Le Carré Romane. Der Spion, der aus der Kälte kam, ist 1963 sein Durchbruch. Seine Romanagenten sind keine Helden wie er selbst auch nicht. Fantasie gepaart mit Selbsterfahrung sind die Zutaten seiner zahlreichen Bestseller. Le Carré ist auch ein politischer Geist mit Sorgen über den Brexit. Sehr besorgt. Über unseren Mangel an starken Verbündeten und die Ungewissheit über unsere künftige Rolle in der Welt. John Le Carré heißt, ganz agententypisch, übrigens in Wahrheit David Cornwell. Nun ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Ja, und wir sind nun hier zu zweit, weil im Ersten Deutschen Fernsehen heute eine Ära zu Ende geht. Jan Hofer präsentiert zum letzten Mal die Tagesschau. Kein Sprecher der bekanntesten deutschen Nachrichtensendung war so viele Jahre am Stück zu sehen wie der gebürtige Rheinländer. Dabei begann seine Tagesschau-Karriere in den 1980er-Jahren eher unspektakulär. Anfangs präsentierte er die Nachrichten oft nachts zum Sendeschluss. Mehr als 35 Jahre Tagesschau. Das waren mehr als 35 Jahre Zeitgeschichte und auch Mode. Doch egal, was draußen in der Welt los war, der erste Satz war immer derselbe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Als erster Deutscher hat heute Boris Becker das Endspiel im Herreneinzel von Wimbledon. Es begann unter anderem mit dem Wimbledon-Sieg eines 17-Jährigen. Schon bald gab es offene Grenzen. 2001 bestimmten die Anschläge in den USA lange die Nachrichtenlage. Doch natürlich ging es manchmal auch um das adäquate Krisenmanagement. Etliche internationale Regierungschefs kamen und gingen, nicht so in Deutschland. Von 1985 bis heute hatte Hofer nur ... ... Bundeskanzler Kohl, Bundeskanzler Schröder und Bundeskanzlerin Merkel ... ... in seinen Texten. Manchmal änderten sich Wörter in Jan Hofers Tagesschau aber auch in Sekundenschnelle. Morgen bleibt es kalt, warm. Ich verbinde insbesondere die 20 Uhr mit ihm. Er ist ein so verlässlicher Begleiter eines Abends, dass ich ihn sehr vermissen werde. Deutschland fiebert dem WM-Final. Unvergessen die Diskussion über sein vermeintlich argentinisches Outfit wenige Minuten vor Beginn des WM-Finales 2014. Spätestens da hatte er verstanden, worum es in der Tagesschau auch geht. Nämlich zum richtigen Zeitpunkt die richtige Krawatte zu tragen. Ob im Ersten Deutschen Fernsehen oder auf dem Videoportal TikTok. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 15. Dezember. Ein Atlantiktief lenkt Wolken und milde Luft nach Deutschland. Der Südosten profitiert noch von dem Balkan hoch. Im Osten und Südosten ist es heute Nacht teils neblig oder wolkig, teils aufgelockert. Sonst gibt es dichte Wolken und gebietsweise Regen. Morgen von der Lausitz bis zu den Alpen meist trocken und mitunter etwas Sonne. Im übrigen Land Wolken verhangen und zeitweise fällt Regen. Später gibt es im äußersten Westen ein paar Wolkenlücken. Im Rheinland heute Nacht nahe 10 Grad. In Bayern dagegen leichter Frost. An der Donau im Dauernebel morgen um drei. Entlang des Rheins über 10 Grad. Am Mittwoch im Südosten etwas Regen, der stellenweise gefrieren kann. Sonst eine Mischung aus Nebel, Wolken und Sonnenschein. Die gibt es am Donnerstag im Südosten. Vom Westen bis in die Mitte gebietsweise Regen. Am Freitag erwartet uns dann ruhiges Hochdruckwetter. Um 22.30 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen. Meine Damen und Herren, das war nach fast 36 Jahren meine letzte Tagesschau. Ein großes Dankeschön dafür, dass Sie uns und mir so viele Jahre die Treue gehalten haben. Danke auch für die unglaublich vielen guten Wünsche, die mich in den letzten Tagen erreicht haben. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser überwältigenden Anzahl. Und ich bitte um Verständnis, dass ich nicht alle beantworten kann. Aber glauben Sie mir, ich habe jeden Einzelnen dieser Wünsche gelesen und gesehen. Ein großer Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera. In der Redaktion, in der Technik und natürlich dem Sprecher- und Moderatoren-Team. Alle haben nur ein Bestreben und das ist, für Sie die beste Nachrichtensendung zu machen. Und das wird auch so bleiben. Für mich aber heute heißt es zum letzten Mal, guten Abend, meine Damen und Herren. Machen Sie es gut.